Ich bin ausgebrochen und du hast mich dort verrotten. Das stimmt nicht, Candy. Er sollte doch nur einmal kurz mit mir diesen Plan ausführen, der Idiot. Ich wäre... Hey, Sio, ich sehe dich bei einem Gefängnis. Richtig gut, dass du hier bist. Ups, falscher Chat. Überleg mal, es wäre doch viel, viel schlauer gewesen. Ich gehe da hin, tue so, als ob ich ihn befreie. Er nimmt diese Enderperle, haut mit der Enderperle ab. Und dann kommt direkt Eiferstein oder Russik. Und dann ergebe ich mich. Das würde doch viel realistischer sein, als wenn ich jetzt da hingehe und sage, Leute, ich ergebe mich, nimmt mich fest. So ein Vollidiot!